Wir feiern heute den Geburtstag von der kleinen Tiana. Die Mama macht hier gerade schon einen Kuchen fertig. Ich fass es nicht, dass sie einfach schon zum Kind wird, Leute. Oh mein Gott, das ist goldig. Ella hat über Nacht auch schon schön dekoriert. Wir haben überall so ein paar Luftballons aufgesammelt. Aufgehangen, Ereignis starten. Eine Geburtstagsfeier. Oh mein Gott, wir sind da. Und alle schön dick warm eingepackt. Nein, wir haben die Torte vergessen. Ich lass die ganz schnell eine neue Torte backen. Ach man, das ärgert mich jetzt. Ich darf das nicht verpassen. Wir müssen die Gerzen auspusten. Happy Birthday to you.